Und so ist der große Gewinner des Jahres, die Hans-Grohe-Group. Stichwort Wasser, kommen wir zum Wetter. Es bleibt weiterhin regnerisch und kalt. Keine schönen Aussichten kurz vor Weihnachten. Doch aufgepasst, in den höheren Lagen sind leichte Schneefälle möglich. Und nun zum Verkehr. Dino, dieses Jahr wünsche ich mir so sehr Schnee zu Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik